Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rhyme. Ja und als ich das letzte mal mich dann umgedreht habe stelle ich fest die blöde Brücke ist ja perfekt komplett. Ich weiß nicht mal ob ich das Teil brauche aber ich gehe jetzt da hoch. Moment mal. Ich glaube von der Seite oder? Ne nochmal von der Seite komme ich ja jetzt nicht hoch und von der Seite komme ich da auch nicht hoch. Mann. Ist denn das jetzt? Hä? Moment, 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 Moment. Einmal da rüber locken dann hat er sie doch komplett gemacht. Komm her. So, dann ging die hier hoch. Wenn ich oben bin... Ah, wo die Kugel kaputt? Dann geht der doch wieder zurück oder? Der geht automatisch wieder zurück. Ach ne, bin ich doof. Das hat ja keiner gesagt. So, jetzt bin ich hier. Das heißt? Oh. Ähm. Hä? Scheiße, ich hätte die Kugel da drauf tun sollen oder was? Ne. Wo ist ja jetzt der Fehler? Habe ich vielleicht, hätte ich vielleicht doch die Kugel mitnehmen müssen? Bestimmt, oder? Habe ich da drauf legen müssen. Ich sep, jetzt kann ich nochmal runter. Ach, manchmal bin ich aber auch. Jawohl, ich weiß. Ist kaputt. Also, bis mal. Überlaufen. Wir sind ja lernfähig. Das ist lustig, wenn er hier einen Fass kaputt haben will. So, ich muss nicht schnell sein. Sonst macht er mir meine Füße kaputt. So, jetzt kannst du wieder rüber latschen. Kannst du wieder gehen? Na ja, klar muss ich die Kugel da drauf legen. Mann! Oder? Wie denn sonst? Ne, warte mal. Ich muss die Kugel da drüben drauf legen. Ne. Ja, aber wie kommt denn die da runter? Hä? Oh, ne. Irgendwas. Ich muss mal da rüber. Irgendwas stimmt noch nicht. Ich muss doch irgendwas hier... Wo ist denn diese Tür hier, wenn ich hier... Ich müsste das Ding da irgendwie rüber fahren. Runter fahren. Oder? Hm. Kann ich hier hoch? Oh. Ach, guck mal. Oh, geht noch höher. Oh, wo lang? Hä? Wo lang? Bin ich hier richtig? Oh, nein. Das war ganz schlecht. Autsch. Tut mir leid. Die Richtung. Die Richtung. Ne, die Richtung, oder? In die Richtung geht's ja nicht. Hä? Nein. Wo lang? Oh, nee. Du schönst. Schande. Oh, da müssen wir aber. Geh mal hoch. Geh mal hoch. Wo lang? Oh, nee, das ist... Wow, das war auf Verdacht. Ich schwöre es euch. Oh, das war jetzt aber heftig. Ich schwöre es euch. Was ist jetzt? Jetzt habe ich Orientierungsschwierigkeiten, hier nach oben zu kommen. Ja, aber... Muss ich da rüber? Ja, doch. Und dann bin ich hier irgendwie kacke gesprungen, glaube ich. Darüber vielleicht? Darüber vielleicht? Oh Mann! Perspektivisch! Echt nicht lustig! Puh, ich komm ins Schwitzen! Boah, ich bin oben. Boah, ich bin oben, wo auch immer. Ach, du dick Genuss! Ach, du dick Genuss! Na klar, hier ist wieder so ein blödes Teil. Wohin mit dem Teil? Wohin mit dem Teil? Wohin mit dem Teil? Kann ich ihn mal runterschmeißen? Kann ich nicht, da gehe ich durch die Tür. Wo schiebe ich den jetzt hin? Ich würde sagen, da vorne vor das... vor das Podest, vor das Podest, vor den Podest, vor hier runter kommt es nicht wirklich. Jetzt fährt das Teil auf die Seite! Entschuldigung! Hmm... Aber Mann, vielleicht komme ich jetzt von da, wo ist denn die hingefahren? An die Wand vorne, die ist doch da an die Wand gefahren. Sag, das Ding ist an die Wand gefahren, damit ich es bestücken kann. Och, ist ja gut. Danke. So, wenn ich jetzt den Block wieder wegfahre, oder, 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 dann fährt das Ding wieder zurück. Dann könnte ich hier noch eigentlich gleich einfach da vorne drauf fahren. Dann müsste das doch auch gehen mit Brücke komplett. Oder? Lass uns gucken. Also hier sehe ich was. Hier sehe ich auch was. Und jetzt wird die Sache doch schon viel besser. Das ist so lange, oder? Ja, da hätten wir das Rätsel gelöst. So, was kam hier zum Vorschein? Nee, ich will da jetzt nicht wieder diesen herzlichen Weg laufen. Spring runter. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. Und jetzt kommt der Schrei der Gerechten. Und jetzt kommt der Schrei der Gerechten. Und jetzt kommt der Schrei der Gerechten. Oh, da wachen Sie. Auch die wird Gras auf den Kopf. Schau mal hin. Laufen wir auf jeden Fall mal vorwärts. Na gut, dann banden wir den Herrschaften mal wieder hinterher. Die sind mal ganz wackelig auf dem Ball. Brauch ich das Teil da? Ja, werde ich gleich wissen. Die Streitzen sind sehr nicht, ne? Und da sind wir wieder. Ja, und nun schauen wir mal, wo das Ding an geht. Geht nicht. Die stehen auf jeden Fall so da, als würden sie auf was warten. Hm. Was können wir tun? Wir könnten versuchen, ob wir irgendwo hier hochkommen gehen. Aha, wir machen ein Türchen auf. Ja. 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 Also ich sieht jetzt schon, dass wir hier hochkommen. Also gehen wir einfach mal geradeaus in der Hoffnung, dass wir die da irgendwo rumtreffen. Na toll, doch hier ist eine Wendeltreppe. Hier ist wieder so eine Wendeltreppe. Lauf mein kleiner Freund, lau! Ein Hieroglyphen vorbei, der Sonne entgegen. Und er läuft und läuft und läuft. Halleluja. Ähm, ja. Da es nicht mehr weitergeht, müssen wir einen Mandal anlaufen. Vielleicht finden sie ja wieder. Ach, guck mal, da sind sie wieder. Echt auch. Oh, wir haben Glück gehabt, dass wir die Kollegen wiedergefunden. Da sind wir mal froh. Oh, ich stehe auf dem Stein. Kann ich mich dazwischenklemmen? Na toll, das kann man wieder schlafen. Aber wir müssen zumindest nicht da. Oder? Wir müssen noch mal raus. Wir müssen noch mal wieder. Wir müssen noch mal raus. Wir müssen noch mal wieder. Ah! Ein Wunderwarten! Und Rotkäppchen ist wieder auf dem Schiff. Und ich sag mal, das stimmt. Tschüss für heute. Uah! Warum nicht werde ich nicht sehen kann? Oh! Entziehen wir da hoch? Niemand, wir haben nur die Roten Umhang. Ein Rest des Roten Umhangs haben wir ihn gefangen. Ärgerlich aber wahr. Ja! Und damit sage ich Tschüss für heute. Bis zum nächsten Mal bei Rhyme. Macht's gut! Tschüss! 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 Tschüss!